Ich will mein Leben Gott hingeben. Ich will erfahren, dass die Trennung nie stattgefunden hat. Jetzt ist der Moment aufzutauchen, mit Gott an meiner Seite. Mit dem Vertrauen, dass mir alles zum Besten dient. Mit der Gewissheit, dass ich mein Zuhause nie verlassen habe. Danke, Vater, für diesen mächtigen, offenen Geist, der so erfüllt ist von des Himmels Melodie. Wirklich aufzuwachen, aufzublicken, sich in Liebe zu geben. Deine Wirkung zu sein, mich als Ausdruck von Liebe zu verstehen. Vater, ich will mich führen lassen in Dankbarkeit, wahrer Demut und sanfter Berührbarkeit. Ich bin von dir so zärtlich getragen, so liebkost, so umschmeichelt, in stiller Würde betrachtet. Du schaust auf mich in totaler Liebe, als dein Wunder, als das Geschenk der gesamten Schöpfung. Ich bin der auferstandene Christus. Danke, liebender Vater, für all diese Liebe. Ich liebe dich so unsagbar stark. Im Christuslicht geborgen. Heilig, grenzenlos heilig. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020